Hallo, heute werden wir das Brother P-Touch H200-Beschriftungsgerät zur Erstellung eines persönlichen Lesezeichens verwenden. Hierzu brauchen wir unser Beschriftungsgerät, eine schöne Vorlage, ein paar Büromaterialien und etwas extra Karton, um den Untergrund des Lesezeichens zu machen. Ich werde jetzt schnell das Lesezeichen erstellen. Das geht ganz einfach, prinzipiell nur etwas schneiden und kleben. Und dann werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr spezielles, persönliches Textilband machen können. So, los geht's! Hier ist das fertige Lesezeichen mit einem Loch. Jetzt fehlt nur noch das individuelle Textilband. Das ist der Zeitpunkt, wo das P-Touch-Gerät ins Spiel kommt. Ich habe das weinrote Band gewählt, weil es gut zu diesem Ping passt. Schalten Sie das Gerät ein. Dieses Mal werden wir die spezielle Funktion verwenden, welche sich hinter dieser Taste verbirgt. Sie haben die Kategorie Band, Text und Muster. Wir benötigen Band. Hier haben wir die vorhandenen Layouts. Gehen wir sie kurz durch. Ich möchte das dritte Layout verwenden, welches uns die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Texte an beiden Enden des Bandes zu platzieren. Zuerst klicken wir auf OK und werden aufgefordert, den ersten Text einzugeben. Hier ist ein B von eier früheren Eingabe übrig. Das löschen wir und fügen stattdessen ein paar Leerzeichen ein, weil ich auf dem Etikett später etwas Platz für ein Zickzack-Muster benötige. Jetzt schreiben wir den ersten Text. Dann gehen wir auf OK und dann geben wir gleich den zweiten Text ein. Auch am Ende lassen wir etwas Platz, um später mit der Schere ein Muster reinschneiden zu können. Dann drücken wir OK. Das Gerät hat die minimale Länge zur Nutzung des Textes mit 279 mm berechnet. Das würde zwar funktionieren, ich hätte es aber gerne noch etwas länger. Darum geben wir 290 mm ein. Wir bestätigen die OK-Taste und werden zum Druck aufgefordert. Man hat die Wahl, das Etikett einmal oder mehrfach auszudrucken. Uns reicht ein Ausdruck. Also gehen wir auf OK. Und unser schönes Band in weinrot und goldener Schrift wird ausgedruckt. Wir sind fast fertig. Jetzt nehmen wir noch die Schere und schneiden ein Zickzack-Muster an die eine Seite des Bandes. Vorsichtig, damit keine Fransen entstehen. Dann das gleiche auf der anderen Seite. Und wir sind fertig, um das Textilband in das Lesezeichen zu fädeln. Wir legen das Band so zusammen, dass der Text in die gleiche Richtung zeigt. Wir drehen das Lesezeichen um, falten die Enden zusammen und ziehen sie vorsichtig durch das Loch des Lesezeichens hindurch. Etwa bis zur Hälfte und ziehen sie dann durch die hintere Schlaufe hindurch. Dann noch vorsichtig festziehen. Und sie haben ein schönes, persönliches Lesezeichen gebastelt. Hier ist unser fertiges Lesezeichen mit einer persönlichen Nachricht versehen. Ganz einfach und schnell hergestellt. Je nach Wunsch können natürlich auch Symbole, Rahmen oder Hintergrundmuster dem Layout hinzugefügt werden. Weitere tolle Ideen zur Nutzung des P-Touch-Beschriftungsgerätes stehen Ihnen in unseren anderen Videos zur Verfügung. Schauen Sie rein und lassen Sie sich inspirieren. Vielen Dank.